Im vorherigen Video haben wir die Vorgänge innerhalb einer Diode mit Hilfe einer Simulationssoftware kennengelernt. Für dieses Video habe ich das Java Programm erweitert, um die prinzipiellen Abläufe innerhalb eines bipolaren Transistors demonstrieren zu können. Ein derartiges Bauteil besteht aus drei Lagen unterschiedlich dotierter Halbleitermaterialien. In der hier zu sehenden Animation befindet sich links eine N-dotierte, in der Mitte eine P-dotierte und rechts wiederum eine N-dotierte Schicht. Die Gesamtausdehnung des Transistors beträgt 100 mal 122 Atome, was in etwa 89 mal 47 Nanometern entspricht. Die N-dotierten Schichten sind dabei je 40 Atome, also circa 36 Nanometer dick, und die P-dotierte Schicht 20 Atome, also circa 17 Nanometer. Wie schon in der Simulation zu Dioden, ist die Konzentration an Fremdatomen auch hier deutlich höher als in realen Bauteilen. Zur Erinnerung, in Transistoren entfällt ein Fremdatom auf 10.000 bis 10.000.000 Siliziumatome. Ein Full HD Bildschirm besitzt 1920x1080, also rund 2 Millionen Bildpunkte, womit selbst bei einer hohen Dotierung lediglich 200 nadelspitzengroße Fremdatome dargestellt würden. Viel zu sehen gäbe es bei einer derartigen Darstellung nicht. Daher verwendet die Simulation 143 Fremdatome auf etwa 12.000 Siliziumatome, womit circa 84 Siliziumatome einem Fremdatom gegenüberstehen. Die Konzentration an Fremdatomen ist in allen drei Schichten gleich hoch, was ebenfalls nicht der Praxis entspricht, jedoch zu einer einfacheren Ausgangssituation für die Simulation führt. Die Bewegung der Elektronen bzw. Löcher wird wie im vorherigen Video berechnet. Zunächst werden die von allen Ladungen in dem Kristall verursachten elektrostatischen Kräfte auf ein Elektron bzw. Loch errechnet. Hinzu kommt eine Zufallskomponente, welche die thermische Bewegung der Ladungsträger simuliert. Das Elektron bzw. Loch wechselt zu dem Nachbaratom, dessen Bindungswinkel der Summe der Kräfte am nähesten liegt. Die Bewegung der Löcher wird dabei durch zufällige Rechenpausen verlangsamt. Die Abwanderung der Ladungsträger von den Fremdatomen wird begünstigt, indem die Kraft innerhalb eines kleinen Radius um den Ladungsträger nur zu einem Bruchteil berücksichtigt wird. Im Gegensatz zur vorherigen Simulation wird hier auch die anziehende Wirkung zwischen Löchern und Elektronen innerhalb dieses Bereichs verringert. Wozu dieser Kunstgriff nötig ist, werden wir im Verlauf des Videos sehen. Weiterhin wird hier das elektrische Feld der Spannungsquelle nicht durch eine zusätzliche Kraftkomponente in Richtung der Kontaktstellen eingerechnet. Anstelle dessen bewirkt die Spannungsquelle ein Ladungsungleichgewicht in der Zone an der jeweiligen Kontaktstelle. Die Zone am Minuspol der Spannungsquelle wird durch Einbringen von Elektronen auf einer möglichst konstant negativen Ladungssumme gehalten, die am Pluspol durch das Entfernen von Elektronen auf einer konstant positiven Ladungssumme. Damit bildet sich ein elektrisches Feld aus, das auf sämtliche Ladungen innerhalb des Kristalls entsprechende Kräfte ausübt. Diese doch recht simplen Voraussetzungen genügen, um die physikalischen Grundeigenschaften eines Transistors beschreiben zu können. Jede der drei unterschiedlich dotierten Lagen ist mit einem Kontakt versehen. Der Minuspol der Gleichspannungsquelle befindet sich an der N dotierten Lage links und zwei Kontakte mit unterschiedlich positivem Potential an der P dotierten Lage in der Mitte sowie an der N dotierten Lage rechts. Der linke Kontakt wird als Emitter bezeichnet, weil hier am Minuspol beim Betrieb eines Bipolartransistors Elektronen ausgesendet werden. Die vom Emitter ausgesendeten Elektronen werden am rechten Kontakt eingesammelt, weswegen dieser als Kollektor bezeichnet wird. Der mittlere Kontakt wird Basis genannt und dient im Betrieb zur Regelung des fließenden Stromes. Starten wir die Simulation ohne dass eine Spannung an einem der Kontakte anliegt. Infolge der Tatsache, dass sich bei dieser Simulation Elektronen und Löcher einander in unmittelbarer Nachbarschaft nur noch schwach anziehen, kommt es deutlich seltener zu Rekombinationsprozessen. Die Simulation läuft daher schneller, um die Zeit zu verkürzen, bis sich ein Gleichgewichtszustand ausgebildet hat und keine weiteren Rekombinationsprozesse mehr stattfinden. Stoppen wir die Simulation und betrachten die Ladungsbilanzen in 10 unterschiedlichen Zonen des Kristalls. Die beiden Zonen der P-dotierten mittleren Schicht sind jeweils dreifach negativ geladen. Die links und rechts angrenzenden Zonen der beiden N-dotierten Schichten sind fünffach bzw. zweifach positiv geladen. Das sich dadurch aufbauende elektrische Feld verhindert das Abwandern weiterer Löcher aus der P-dotierten Schicht bzw. das Einwandern von Elektronen in diese Schicht. Der Austausch von Ladungsträgern durch Diffusionsprozesse zwischen den Kristallschichten wird unterbunden. Soweit ähnelt die Situation der Simulation eines einzelnen PN-Übergangs in einer Diode. Hier sind allerdings zwei Zonen an beweglichen Ladungsträgern verarmt. Es bilden sich zwei Sperrschichten aus. Verbinden wir den Transistor als nächstes mit einer Gleichspannungsquelle. Dabei wird lediglich der Minuspol am Emitter links und der Pluspol am Kollektor an der rechten Seite des Transistors mit der Spannungsquelle verbunden. Am Minuspol werden zusätzliche Elektronen injiziert, bis die Zone an der Kontaktfläche mehrfach negativ geladen ist. Die Kontaktfläche am Pluspol ganz rechts wird entsprechend von der Spannungsquelle durch Absaugen von Elektronen auf einer positiven Gesamtladung gehalten. Die gegensätzliche Gesamtladung dieser Zonen ruft ein elektrisches Feld hervor, das negativ geladene Elektronen nach rechts und im Gegenzug dazu die positiv geladenen Elektronenfehlstellen nach links zieht. Dass Elektronenfehlstellen keine beweglichen, positiven Ladungsträger darstellen, sondern deren scheinbare Bewegung durch den Austausch von Elektronen bewirkt wird, sollte euch in den vorangegangenen Videos bereits klar geworden sein. Das durch die Spannungsquelle hervorgerufene Feld verringert die Sperrschicht links der P-dotierten Zone, vergrößert diese jedoch deutlich auf der rechten Seite. Links finden jetzt wieder Rekombinationsprozesse statt, wodurch die Anzahl der Löcher in der P-dotierten Schicht weiter abnimmt. Nach einiger Zeit hat sich erneut ein Gleichgewicht ausgebildet und es findet kein weiterer Ladungsaustausch zwischen den Kristallschichten mehr statt. Betrachten wir erneut die Ladungsbilanzen. Durch das Feld der Gleichspannungsquelle ist die rechte Sperrschicht so stark angewachsen, dass sich in den Zonen 6 und 7 keine frei beweglichen Ladungsträger mehr befinden. In der Simulation ist die Größe der linken Sperrschicht wie bereits vor dem Anlegen der Spannung nicht klar auszumachen. Diese ist jedoch so groß, dass keine Elektronen in die P-dotierte mittlere Schicht diffundieren können. Die P-Schicht ist nun in Summe 21-fach negativ geladen, was Elektronen noch stärker als zuvor aus dieser fernhält. In der linken N-dotierten Schicht befinden sich deutlich mehr Elektronen als in der rechten, ebenfalls N-dotierten Schicht, dennoch fließt kein Strom durch das Bauteil. Da dieser virtuelle Transistor zumindest in dieser Simulation symmetrisch aufgebaut ist, stellt sich die spiegelverkehrte Situation ein, wenn Plus- und Minuspol miteinander vertauscht werden. Im Gegensatz zur Diode kann auch dann kein elektrischer Strom durch den Transistor fließen. Damit ist mein Video zu Transistoren keineswegs am Ende angelangt, denn ich habe ja bereits den dritten Kontakt an der P-dotierten, mittleren Schicht angesprochen. Wie kann hiermit der Stromfluss durch den Transistor in Gang gebracht werden? Ihr habt ja bereits gesehen, dass einige Elektronen von links nach rechts in die P-Schicht gedriftet sind, als sich das elektrische Feld der Spannungsquelle aufgebaut hat und noch kein Gleichgewichtszustand erreicht war. In dieser Situation war die P-Schicht in Summe noch weniger stark negativ geladen, womit deren elektrisches Feld der Elektronen Diffusion und Drift noch eine geringere Kraftkomponente entgegengestellt hat. Wie tief muss ein Elektron in dieser Situation in die P-Schicht eindringen, um weiter zum Kollektor gelangen zu können? Nun, die Ladungsverteilung bewirkt, dass ein Elektron etwas rechts der Mittelachse von den elektrischen Feldern innerhalb des Kristalls weiter nach rechts gelenkt wird. Wir müssen also nur dafür sorgen, dass Elektronen zumindest bis zu diesem Punkt gelangen können. Die Barriere kann verringert werden, indem negative Ladungen aus der P-Schicht entfernt werden. Durch das Absaugen von Elektronen aus der P-Schicht entstehen hier zusätzliche Löcher. Die Schicht wird in Summe weniger stark negativ geladen. Genau das wird durch den dritten Kontakt an der P-Schicht durch eine weitere Spannungsquelle bewirkt. Hier muss im Vergleich zum Emitter ein positives Potential angelegt werden, um Elektronen abzusaugen. Legen wir also eine positive Spannung an die Basis, also die mittlere Schicht unseres virtuellen Transistors und beobachten die Ladungsträger. Durch die Spannungsquelle werden in der P-Schicht zusätzliche Löcher erzeugt, womit, wie erwartet, die Gesamtladung weniger stark negativ wird. Die elektrischen Felder innerhalb des Kristalls bewirken jedoch, dass diese Löcher nicht ortsfest in dieser Zone bleiben. Zwischen Emitter und Basis wird durch die Spannungsquelle ein elektrisches Feld generiert, das Elektronen nach rechts zieht, wodurch die Löcher nach links zum Emitter driften. Die an die Basis angelegte Spannung sorgt jedoch dafür, dass die Anzahl an Löchern in der P-Schicht nahezu konstant gehalten wird. Elektronen werden am Emitter in den Kristall injiziert und an der Basis abgesaugt. Im Bereich um den linken Pn-Übergang kommt es zu Rekombinationsprozessen, wodurch Elektronen und Löcher dem Kristall entzogen werden. Es fließt ein elektrischer Strom vom Emitter zur Basis. Der Mechanismus ist analog zu dem innerhalb einer Diode. Nach kurzer Zeit können wir Elektronen beobachten, welche die P-Schicht durchdringen und von dort weiter zum Kollektor driften. Es fließen jetzt Elektronen vom Emitter quer durch den Transistor hin zum Kollektor. Durch Anlegen der Basis-Spannung ist die Emitter-Kollektor-Strecke elektrisch leitend geworden. Stoppen wir die Simulation erneut und beobachten die Ladungsbilanzen. Betrachten wir die beiden Zonen der P-Schicht, so sehen wir, dass diese nur noch 11-fach negativ geladen ist. Der Punkt, ab dem eine negative Ladung von den elektrischen Feldern innerhalb des Transistors weiter nach rechts beschleunigt wird, ist von den Elektronen wesentlich leichter zu erreichen. Für die Elektronen, die von der Spannung zwischen Emitter und Kollektor nach rechts gezogen werden, ist die durch die P-Schicht hervorgerufene Barriere deutlich kleiner geworden als zuvor. Die thermische Energie der Elektronen ist ausreichend groß, so dass diese durch die P-Schicht diffundieren können. Neben den durch die Ladungsverteilung hervorgerufenen elektrischen Feldern existieren für Elektronen auf ihrem Weg vom Emitter zum Kollektor noch weitere Hindernisse, nämlich die im Kristall befindlichen Löcher. Befinden sich ein überzähliges Elektron und eine Elektronenfehlstelle Seite an Seite, verschwinden beide Ladungsträger durch einen Rekombinationsprozess. Die Anzahl an Löchern wird durch die Basisspannung innerhalb der P-Schicht nahezu konstant gehalten und die Lücken zwischen den Löchern sind verhältnismäßig klein. Somit ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ein Elektron auf seinem Weg durch die P-Schicht mit einem Loch zusammenstößt und quasi vernichtet wird. Nur wenige Elektronen schlüpfen durch sämtliche Lücken zwischen den Löchern und gelangen in die endotierte Schicht nach rechts. Es existieren zwei Stromkreise. Elektronen, die durch Rekombination dem Kristall als bewegliche Ladung entzogen werden, tragen zum Stromfluss vom Emitter zur Basis bei und diejenigen, welche die P-Schicht durchdringen, zum Stromfluss vom Emitter zum Kollektor. Wie zu sehen, ist die Stromstärke durch den Basiskontakt wesentlich höher als die durch den Kollektor. In der Praxis ist dieses Verhältnis genau umgekehrt. Es fließen wesentlich mehr Elektronen vom Emitter quer durch den Transistor zum Kollektor als vom Emitter zur Basis. Wie kann dieser Sachverhalt mit Hilfe der Simulationssoftware erklärt werden? Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron die P-Schicht durchdringen kann, steigt, wenn die Lücken zwischen den Löchern größer werden. Damit dabei aber die Ladungsbilanz gleich bleibt, muss die Anzahl negativ geladener Fremdatome ebenfalls sinken. Die Konzentration an Fremdatomen muss also verringert werden. Wie eingangs erwähnt, ist diese in unserer Simulation ja wesentlich größer als in realen Halbleiterbauteilen. Ohne den Kunstgriff, die Anziehung von Elektronen und Löchern in einem Radius um die Ladungsträger herum deutlich zu verringern, käme kein einziges Elektron in dieser Simulation unbeschadet durch die P-Schicht. Für die elektrischen Eigenschaften eines Bipolartransistors ist neben der Konzentration der Fremdatome die Dicke der mittleren Schicht von großer Bedeutung. Ist diese zu dünn, so können die Elektronen auch ohne Anlegen einer Basisspannung den Transistor durchqueren, sobald die Emitter-Kollektorspannung einen bestimmten Wert erreicht. Eine zu dicke Schicht hingegen macht das Durchqueren auch mit angelegter Basisspannung unmöglich. Die Schichtdicke muss der geforderten Betriebsspannung angepasst werden. Neben der hier gezeigten NPN-Schichtfolge können Transistoren auch in PNP-Folge gefertigt werden. PNP-Transistoren funktionieren nach dem gleichen Prinzip, jedoch muss bei diesen die Basis durch Elektronenzufuhr stärker negativ geladen werden, um den Transistor leitfähig zu machen. Elektronen werden dem Transistor am Emitter entzogen und am Kollektor zugeführt, der Strom fließt also in die entgegengesetzte Richtung durch den Transistor. Der wesentliche Unterschied im Ladungstransport zwischen überzähligen Elektronen und Elektronenfehlstellen liegt in deren unterschiedlichen Beweglichkeit. Löcher bewegen sich langsamer durch den Kristall als Elektronen. Daher ist die Aufenthaltsdauer der Löcher in der mittleren, N-dotierten Schicht in einem PNP-Transistor größer als umgekehrt die Aufenthaltsdauer von Elektronen in der P-dotierten Schicht in einem NPN-Transistor. Durch die längere Transitzeit besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Loch auf seinem Weg durch die Barriere durch Rekombination quasi vernichtet wird. Die Anzahl der Löcher, die pro Zeiteinheit vom Emitter zum Kollektor gelangen, sinkt damit in dieser Simulation bei ansonsten gleichen Bedingungen auf Null. Um wenigstens einigen Löchern den Transit zu ermöglichen, muss die mittlere, N-dotierte Schicht in ihrer Dicke halbiert werden. Es gilt bei der Konzeption bipolarer Transistoren viele Parameter zu beachten. Dadurch wird die Herstellung einer Vielzahl unterschiedlicher Transistoren für ebenso viele unterschiedliche Einsatzzwecke möglich. Wofür Transistoren Verwendung finden und welche Typen es gibt, wird in den nächsten Videos gezeigt. Den Quellcode der Simulationssoftware gibt's auf der Projektseite. Soweit mein erster Film zum Thema Transistoren. Danke fürs angucke und bis demnächst!